Fantastisch! Ich habe in meiner Zauberspruchfabrik zwei Blitzzauber und zwei Wutzauber, jeweils auf Level 5 und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt wie folgt, ich suche einen Gegner, wo ich dann die Hog Rider losschicke, um die Teslas zu lokalisieren, damit die rauskommen und wenn die Teslas draußen sind, versuche ich die mit den Blitzzaubern schon so weit es geht, ein, zwei Stück wegzumachen, damit die Bahn frei ist für meine Packers und ja, das ist auf jeden Fall die Theorie und wir würden, ich würde sagen, wir gehen einfach mal mitten rein und probieren es einfach mal. Ich habe, wie viel habe ich denn gehabt? Sieben jeweils. Okay, das sollte doch eigentlich machbar sein, das schaffen wir schon. Wir suchen jetzt natürlich einen Gegner mit relativ vielen Ressourcen, aber auch einen Gegner, ja, den wir dann etwas leichter wegmachen können. Ja, ich habe meine Bogenqueen, habe ich noch, meinen Barbarenkönig habe ich jetzt leider nicht dabei, das ist ein bisschen schlecht. Hm, mal überlegen, wie wir das am geschicksten angehen. Ich würde sagen, es macht eigentlich am meisten Sinn, wenn ich jetzt die Gegnersuche mal eben kurz überspringe, weil es etwas dauern kann. Ja, natürlich, bis ich da jemanden finde. Ah, deswegen würde ich sagen, ich werde auch mal die Rache vielleicht mal durchgucken, ob es da jemanden gibt und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder auf jeden Fall. Wie gleich. So, wir scheinen jetzt einen Gegner gefunden zu haben mit relativ vielen Ressourcen und die Frage ist jetzt, wo sind die Teslas versteckt? Ich denke mal, die sind in diesen Aussparungen drin, die wir jetzt hier sehen, da wo auch der König rumeiert. Ich will aber jetzt mal erstmal von hier angreifen, von rechts und von oben, um den König natürlich, ja, da ist er. So, jetzt machen wir den mal eben am besten kaputt. Hier müsste der, da ist keiner, okay. Wo ist der andere Tesla? Oh, hat er sich versteckt. Da ist noch einer. Da ist noch ein Tesla. Hoffentlich kriegen wir den jetzt noch kaputt, bevor der König ankommt, sollte aber passen, okay. Zwei, zwei, drei. Ah, fuck, wir müssen jetzt, ja, genau, Riesenbombe, ich schicke sie alle auf einmal los jetzt, ich schicke sie alle auf einmal los. Wir können jetzt sogar noch das ein bisschen besser machen, warte mal, wo sind denn noch ein paar Defensivanlagen nebeneinander? Nehmen wir mal hier. Nehmen wir das mal hier. So, jetzt, das ist halt immer die Scheiße, dass die dann immer nebeneinander herlaufen, deswegen muss ich jetzt meine Queen mal eben bemühen, damit die da mal ein bisschen Arbeit noch verrichten. So, jetzt, jetzt können wir mal den, jetzt können wir mal den Zauber setzen, bitte. Ah, das ist nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, weil der Tesla mir ja doch Probleme macht. Jetzt ist er erst kaputt, hier oben haben wir auch noch welche. Das ist halt ein bisschen blöd, die gehen jetzt alle außen rum, und deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen zu umgehen, indem ich jetzt, na, genau. Es war nicht so gut, wie ich das vorhatte. Es lief nicht so ganz, wie ich das mir gewünscht hatte, warte mal. Die sind auch schon fast kaputt, aber vielleicht, vielleicht kriegen wir es noch hin. So, Tesla kaputt, der auch kaputt. Ja, es ging doch so gerade gut. Es müsste doch so gerade gut gehen. So. Rein da. Der Zauber war gar nicht mal so schlecht da eigentlich, ne. Es sind nicht mehr ganz so viele Defensivanlagen da, wir haben fast alle schon geholt. So, bitte, mach ihn noch kaputt. Jawohl. Minenwerfer kaputt. Klamourg gleich auch kaputt, wunderbar. Ah, es läuft doch besser als gedacht. Es läuft doch besser als gedacht. Wir haben zwar jetzt nur noch einen Tesla übrig, äh, einen Tesla, einen Päcker. Ich verwechsel das immer. Hä, Schwertesprache. So, jetzt holt euch bitte mal eben das Gold. Dann ist doch auch gut. Hm. Eine Bogenqueen-Signis ist jetzt gleich das Zeitliche auf jeden Fall. Die anderen gleich auch. Ja, schade. Es sind noch 81.000 Gold sind leider noch übrig geblieben. Äh, war nicht, war es noch ausbaufähig, die Taktik. Die Taktik ist noch ausbaufähig. Ich meine, ich habe sie selber kreiert. Ich habe sie mir eben überlegt. Ähm, weiß nicht so genau, ob das jetzt, ach, was mache ich denn, ob das jetzt so die Taktik ist, die funktioniert. Aber, ist halt immer das Problem. Ich habe, glaube ich, noch eine Verbesserung dafür gefunden. Also, und zwar habe ich mir jetzt überlegt, was wäre denn, wenn man noch anstatt, also man nimmt Schweine mit. Man nimmt, glaube ich, wobei braucht man Schweine? Ich glaube, ich probiere mal noch eine Abwandlung. Die wird dann, ich glaube, die lade ich dann einfach mal um 17 Uhr hoch. Also, um 17 Uhr kommt dann die Hope V2. Da werde ich das dann mal testen. Ähm, und zwar probiere ich das dann mal mit ein bisschen Bogenschützen. Und zwar, wir hatten, wie viel Schweine hatten wir? Sieben Stück. Sieben mal fünf, 35. Ähm, sollte passen. Das heißt, wir nehmen dann jetzt auf jeden Fall schon mal, warte mal, 20 haben wir jetzt. Wir nehmen definitiv einen Halshauer mit. Wir nehmen, ja, Blitzzauber brauchen wir aber auch. Wir brauchen zwei Blitzzauber auf jeden Fall. Warte mal, 20 haben wir, 20. 30, ja. 35. Bogenschützen sollten eigentlich genügen. Warte mal, jetzt habe ich aber in einer Kaserne, habe ich Scheiße gebaut. Hier muss ich den Tesla natürlich bauen. Ah, hier haben wir noch Platz. Wie viel hatte ich denn da weggemacht? 9, 9 Stück, genau. So, müsste also ungefähr passen. Jetzt können wir noch was anfordern natürlich. Und jetzt fordere ich natürlich etwas an, und zwar Bogis ab 6, Magier ab 5, bitte. Das heißt jetzt quasi, wir versuchen das jetzt mal einfach, dass ich dann irgendwie außen, wir brauchen auch vor allem beide Helden, das ist ganz wichtig, wir müssen, das ist das Problem der Pekka's. Das Problem der Pekka's ist, die laufen außen rum. Die laufen außen rum und machen nicht das, was sie sollen. Sie sollen natürlich in die Mitte gehen, damit man die Zauber auch gescheit setzen kann. Nein, was machen sie? Sie gehen außen rum. Das ist halt das Problem. So, deswegen die Taktik jetzt mit Bogenschützen, das wegmachen, das ist Schritt 1. Und natürlich, ja, mit dem Bogenschützen und mit den Helden. Und dann Schritt 2, wir nehmen unsere Pekka's, setzen sie ab und haben dann noch unsere Zauber zur Verfügung. Hoffentlich sind die Teslas dann alle weg. Also am besten natürlich geeignet für Rados Level 8, weil die ja dann nur 3 Teslas haben. So, stimmt, ich habe 4 Teslas. Ich habe hier einen, ich habe hier einen, ich habe hier einen und ich habe... Hm, was ist die andere denn versteckt? Na egal. Hatte ich nicht... Hatte ich nicht nur irgendwo einen? Eins? Eins. Warte, 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 warte. Ich wollte auch sagen, 4 Teslas, genau. So. Ja, wie gesagt, Leute, ich versuche dann um... Warte mal, wäre ja schade. Wäre ja schade, wenn wir jetzt... Warum ist er denn jetzt raus, Leute? Na gut, wäre ja schade, wenn wir jetzt hier das noch verschwenden würden, den Sendeplatz. Ich hätte doch eben noch so einen geilen Angriff gesehen. Hier haben wir noch einen. So, hier haben wir noch einen. Vom guten alten Kollegen Rift. Oder Rift. Andererseits heißt er auch hier drin Sysinity. Und er hat einen Angriff gestartet und hat noch diverse Beute geholt. Ich dachte mir, komm, wenn wir jetzt hier schon eine Folge machen, dann wollen wir natürlich auch den Sendeplatz noch etwas füllen. Sonst wird das dann während einer 5 Minuten Folge. Da habe ich natürlich auch gar Bock drauf. Ja. Ich bin nochmal gespannt, wie die V2 laufen wird. Also, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass es funktionieren wird. Das besser funktionieren wird als V1. Also, wir werden sehen. Oh, das habe ich so schnell vorgespult. Nur schon gequatscht. Vielleicht haben wir ja noch eine. Können wir noch eine? Können wir noch eine? Ne, ja, einig immer noch. Einig immer noch. Tobi, Tobi ist raus. Tobi ist rein. Ja, genau. Loot, 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 loot. Loot, loot. Loot, loot. So. Ja, das ist halt das, was man will. Ein Gemboost für, wie viel war das jetzt? Ein paar Tage, bis zum siebten. Und dann, Kollege, lass krachen. Ja, natürlich hier einen leichten Fehler gemacht, dass da zu viele Bogenschützen auf einmal. Ich setze ja immer nur ein paar erstmal, damit ich die Riesenbocken halbwegs umschiffen kann. Aber okay. Trotzdem natürlich noch ein geiler Loot wahrscheinlich, den er sich hier holt. Und ich kann auch schon mal ankündigen, ich werde wahrscheinlich nächste Woche noch zwei, drei Boombeach-Folgen machen als Urlaubsvertretung für Matthias. Einfach, um da mal so ein bisschen Schwung reinzubringen in die Bude. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Und ja, das wäre auf jeden Fall was. Wenn einer mir, übrigens, ich habe eine ganz wichtige Frage. Wenn jemand weiß, wie man runterleveln kann von den Medaillen, bitte sagt es mir. Ich würde es sehr gerne erfahren. Also, ich weiß es nicht. Ich habe mich da zwar schon schlau gemacht, aber ich habe da noch irgendwie noch keine Lösung gefunden. Aber okay. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen, Leute. Das war jetzt also Hope V1. Also V2 kommt noch, bilde ich gerade aus. Und wir sehen uns dann später wieder. Ciao, ciao.